Musik 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 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich, beten dich an heute am Erscheinungstag des Herrn, wo du allen Völkern erschienen bist, den Heidenvölkern, wo die Heiligen Drei Könige auch zu dir gekommen sind und dich angebetet haben. So wollen wir dich auch anbeten und tiefer hineindringen in das Geheimnis des Vaters, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Der Vater nimmt sich seiner Kinder an. Und er ist der Vater, der wirklich seinen Sohn sendet, damit wir im Sohn erkennen, wie wir Söhne und Töchter sein können. Deswegen sendet er den Sohn, kommt nicht der Vater, sondern der Sohn kommt. Und dass wir im Sohn, Sohn und Tochter vom Vater sein dürfen. Ich habe euch oft einmal gefragt, warum ist der Vater nicht selbst gekommen, aber wollte seinen Sohn senden, damit wir Söhne und Töchter im Sohn sind. Vater können wir nicht sein in der Weise, nur letztlich abbildlich zu dem Vater, in dem alle Vaterschaft letztlich gegründet ist. So wollen wir den Segen erbitten, dass wir eingeführt werden, immer mehr in dieses Geheimnis des Vaters, der alle Menschen retten will. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Als aber die Zeit erfüllt war, im Galaterbrief 4, 4 bis 7. Als die Zeit erfüllt war, sande Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Seht ihr, das ist die Sohnschaft, die wir erlangen dürfen. Söhne und Töchter im Sohn. Das war durch die Erbsünde, wir haben das erkannt, einfach weg. Wir waren hoffnungslos verloren, getrennt von Gott und waren jene, die eigentlich auf einem verlorenen Posten waren, hier auf Erden. Aber dadurch hat der Vater seine Liebe gezeigt, dass er zu uns gekommen ist und seine Kinder wieder zurück haben wollte bei sich. Deswegen kommt er und dieses Wesen, wie wir gehört haben, das Wesen Gottes, seine unendliche Liebe, ist noch größer. Und er hebt uns sogar noch auf eine Stufe, wisst ihr, das war Adam am Anfang nicht, wo wir hineingehoben werden. Adam war in Geschöpf mit Eva. Noch nicht im Christus. Das nicht. Sie sind zwar in einem wunderbaren Verkehr mit Gott gewesen, in einem tiefen Austausch und sie waren wirklich jene, die so mit Gott geredet haben, aber in Christus war noch keiner von beiden. Also Gott erhebt uns noch höher wie Adam und Eva und zwar in seinen Sohn hinein. Das Abbild hebt er hinein in das Ebenbild. Weil Christus ist das Ebenbild des Vaters. Jetzt müsst ihr mir vorstellen, was dieser Vater vorhat mit uns. Das haut uns ja alle Sicherungen raus, oder? Im Grunde. Wenn wir das Sicherungen haben, irgendwo. Die wurden bei der Elektrik arbeiten. Ja, da verschlägt es ja die Sprache. Hast du das wirklich vor mit uns? Er hebt das Abbild, das noch gefallen ist, kommt zu ihm, holt ihn heim, nimmt noch die Sünden von ihm stellvertretend auf sich, von allen Kindern, von seinen Kindern auf sich. Und dann hebt er dieses Abbild, dieses armselige Häuflein in Christus, in das Ebenbild hinein. Sodass Jesus sagen kann, Vater, lass sie ein sein, wie du mit mir eins bist, ich in ihnen und du in mir. Das war bei Adam und Eva nicht der Fall. Versteht ihr? Das ist eine neue Dimension, die kommt und da läuft man in dieser Welt umher und rennt allem nach, anstatt diesem, diesem wunderbaren Geschenk des Vaters, das er uns gibt. In Jesus Christus. Dass er das wirklich getan hat, das zeigt doch die absolute Liebe, um uns in diese Sohnschaft hineinzuführen. Weil ihr aber Söhne seid, sandet Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, auch noch den Geist seines Sohnes in dein Herz. Damit du ja Sohn und Tochter bist und nichts anderes bist. So wie jetzt eine Mutter sagen würde, du bist immer mein Sohn. Egal was. Oder der Vater sagt, du bist mein Sohn. War auch mal so bei einer Geschichte, wo ein Sohn eben einer Mutter, die war sehr fromm, ging immer in die Kirche und hat Rosenkranz gebetet. Und dann hat aber der Sohn irgendwie mal gedacht, ja ich muss irgendwie mal Geld beschaffen. Hat es natürlich dann so gemacht, dass er eine Tankstelle ausgeraubt hat, aber die Polizei hat ihn erwischt und dann ist er im Knast gesessen. Dann sind natürlich die anderen Rosenkranzfrauen zu ihr gekommen und haben gesagt, ja du, gerade du, du bist die Frömmste von uns. Warum passiert es dir? Warum hat er dich jetzt so blamiert? Und die haben gejammert vor ihr, das hast du überhaupt nicht verdient. Dann sagt sie, Stopp, schweigt. Ob er im Gefängnis ist oder irgendwo anders, es bleibt mein Sohn. Merkt ihr? Genauso waren wir im Gefängnis, dieser Erbsünde, getrennt vom Vater, aber er hat uns rausgeholt und er hat diese Sohnschaft nicht aufgegeben. Er hat uns gesucht, das Verlorene, denn er ist gekommen, das Verlorene zu suchen, um es zu finden. Das macht den Vater so groß, da hat er seinen Sohn gesandt, damit wir in ihm, in diese Sohnschaft hineinkommen und den Geist empfangen, dass wir nicht dahinvegetieren, einen Geist der Verzagtheit bekommen. Oje, liebt er uns überhaupt noch oder ist er wieder wütend auf mich oder nicht? Wo ich ständig so nachdenke, manche denken ja so, da geht es immer hin und her, wir haben es gestern gehört, da wechselt es rum und du bist, das ist unberechenbar, das ist der unberechenbare Gott, aber wenn du so einen Vater gehabt hast, dann ist es natürlich unberechenbar. einfach cholerisch und dann wieder so sanft und dann wieder voll zuschlagen unter Umständen, dann hast du es vielleicht so ein Gottesbild in dir und du wechselst immer hin und her, aber nein, wir haben diesen Geist des Sohnes in uns empfangen, wie Jesus es erbittet für uns Vater, Vater, ich bitte dich, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist. Da hast du auch keine Angst mehr vor deinem Vater im Himmel, da haben so viele Angst, weil sie den Geist nicht haben, weil sie diesen Geist, diesen heiligen Geist nicht haben, den kannst du noch haben, wenn du in der Gottesfreundschaft bist, wenn du deine Taufe lebst, wenn du im Wort Gottes lebst, dann, sonst haben wir nur noch Angst vor dem Gott und dann wird geschimpft, wenn irgendetwas passiert, ein Tsunami, ein Erdbeben oder sonst irgendwas oder ein Sturm, ja, wie kann er das zulassen? Da hast du einen Geist der Anklage in dir, der kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel, der klagt an, der klagt sogar noch Gott an, der klagt den Nächsten an, aber auch Gott genauso. Aber wir klagen Gott nicht an, sondern wir wissen ja, es ist gut, wenn das, was da draußen passiert, wenn alles durcheinander kommen und die Elemente sich gegen uns erheben, ist nicht die Sache Gottes, das ist unsere Sünde, die alles durcheinander bringt in der ganzen Schöpfung. Das heißt sogar, wenn gesündigt wird, wird die Oase zur Wüste. Und jetzt kommt das andere, das Positive, es wird oft vergessen. Wenn aber Menschen heilig leben, wird die Wüste zur Oase. Wir verändern, durch unsere, durch unser Verhalten und durch unser heiliges Leben, verändern wir die ganze Schöpfung. Müssen alle wieder umkehren, die Gebote Gottes halten, das Wort Gottes halten, die Lehre Gottes, die im Katechismus steht, die die Kirche uns schenkt, halten und ein wirklich gutes, liebevolles Leben führen, nach den Prinzipien des Evangeliums, wie Jesus es gesagt hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dann verändert sich die ganze Natur. Wenn wir ihn loben und preisen. Aber überleg dir mal, was da geschieht. Er gibt uns von seinem Geist und er will, dass dieser Geist drinnen ist. Nicht, dass wir einen Geist der Verzagtheit hätten. Und manchmal sehe ich so viel Verzagtheit in den Christen, wo ich rumkomme als Missionar. Das ist eine Verzagtheit, eine Angst vor Gott, eine Angst vor dem Vater. Aber das ist der Geist der Verzagtheit. Nicht der Geist der Sohn schafft. Indem ich ein Vertrauen habe in Gott, in meinen Vater. Ich sage, komme, was wolle. Auch wenn der Teufel ein bisschen angreift oder wenn ich mal eins auf die Rübe bekomme. Macht nichts. An dir halte ich fest, weil Jesus Christus bis zum letzten Moment im tiefsten und im dunkelsten an Gott, dem Vater, festgehalten hat. Wisst ihr wo? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schrei in den Worten meiner Klage, so hat er gebetet. Aber nur den ersten Teil. Vater, in deine Hände befähle ich meinen Geist. Nirgends anders will ich sein. Nur bei dir, in der tiefsten Dunkelheit. Was ist das für ein Vertrauen, versteht ihr? Und das bräuchten auch wir, habe ich auch schon oft gebetet. Wirklich. In tiefsten Momenten. Und das liebt der Vater ganz besonders. Wenn du da nicht rumlamentierst und dann, oh, es hat doch keinen Wert. Da hilft mir eh nichts, wie ich es oftmals höre. Da hilft dir eh nichts. Und dann zu sagen, wo soll ich hin? Wer hat Worte des ewigen Lebens? Wer hilft mir? Wisst ihr, was die kleine Theresia gesagt hat? Ist ganz interessant. und wenn er mich töten würde, ich würde ihn dennoch lieben. Der kriegt mich nicht mehr los. Versteht ihr? Jesus sagt, Vater, du kriegst mich nicht mehr los. In deine Hände befähle ich meinen Geist. Und das ist eine Sühne gewesen, die er freiwillig auf sich genommen hat, dass das, was zusammen war, eine ganze Ewigkeit nie getrennt, hat er freiwillig auf sich genommen, dass er das verspürt hat innerlich, dass jetzt, Vater, wo bist du? Ich spüre nichts mehr von dir. Es ist nichts mehr da. Um was zu erreichen? Dass jene Kinder, die ganz weit weg sind, fern sind von Gott, in die Gottesnähe kommen. Das ist die äußerste Sühne. Wisst ihr, die äußerste Liebe eines Gottes, oh, dann trennen wir uns lieber ein bisschen, dass die Kinder wieder zu mir kommen. Das ist die äußerste Liebe. So wie Paulus sagt, der gleiche Geist, wie Paulus sagt, oh Gott, ich will von dir getrennt sein auf ewig, damit das ganze israelitische Volk gerettet wird. So sagt er es, Paulus. Dass sein Volk gerettet wird, da will ich lieber von dir getrennt sein. Dass alle gerettet werden. Merkt ihr? Und genau das hat Christus gebetet. Oder Paulus hat es ihm nachgemacht. weil er hat es verstanden, was das für eine Sühne war. Dann hat er gesagt, ich will lieber von dir getrennt sein. Damit alle gerettet werden. die äußerste Liebe, die der Vater und der Sohn auf sich nehmen als Sühne. Da ist der Vater mitten in der Sühne drin. Nicht nur Jesus, versteht ihr? Der Vater auch. Was meint ihr, was das war für beide, die in Ewigkeit ineinander vereint waren in der Liebe des Heiligen Geistes und nehmen das freiwillig auf sich. So wie wenn jetzt Ehegatten freiwillig eine Zeit auf sich nehmen, wo sie getrennt wären voneinander, gehen sie fast kaputt. Wenn sie richtig verliebt sind. Wenn sie richtig verliebt sind schon, gell? Aber die sind ja von Ewigkeit ineinander verliebt, Vater und Sohn. Jetzt stellt euch das mal vor und jetzt spüren sie das. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Ja, für die Kinder. Für unsere Kinder tun wir es. Merkt ihr, da wird manchmal dann verkündet, gesagt, siehst du, der Sohn hat es auch nicht so mit dem Vater gekonnt, da oben. Ganz, ganz schnell. Aber das ist nicht der Geist. Weil ich habe es bei Paulus gefunden. Ich will lieber getrennt sein von dir, damit das ganze israelitische Volk gerettet wird. Das ist genau das. Das ist der Geist. Der ist so schön. Und dieser Geist dürfen wir haben, der ist nicht verzagt, der hat ein solches Vertrauen, wie es auch hier steht, Jesus, ich vertraue auf dich, Vater, ich vertraue auf dich. Da darf uns nichts trennen. Wisst ihr? Und wir kommen in so viele Prüfungen, dass Gott dich auch hineinführt in die Prüfungen, er führt dich hinein, dass er das schult. Und vertraust du mir noch? Naja, das ist gar nicht so einfach. Versteht ihr? Wenn du Folge 7 bist, da Schmetterlinge im Bauch, verstehst du? Dann vertraust du deinem lieben Gott über alles. Aber dann, wenn es mal schwer wird, dann trotzdem zu sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ich gehöre nirgends anders hin. Dann hast du den Geist. Der kriegt dich nicht mehr los, der Vater. Achso, mich kriegt er nirgends los. Versteht ihr? Ja, ja. Vielen Dank.